Musik Drückst du jetzt mal bereit? Ja, gleich. Ich bin gerade im Waffendings. Nee, du hast bereit gedrückt. Oh, kann man ja nicht mehr in Ruhe ausmachen. Wahnsinn. Nein. Ei, das ist ja cool. Warten da? Ähm. Nicht ausgerüstete Waffen werden nach 10 Sekunden automatisch nachgeladen. Hm, hab ich irgendwo schon mal gehört. Egal, ich hab jetzt mal die Klasse gewechselt. Welche Klasse? Schlitzer. Ich hau sowieso die ganze Zeit mit dem Messer drauf. Ich bin die ganze Zeit eher am Ballern. Oh, der Baller den da schon wieder. Warum tust du das? Hier ist eine Sprengleitung. Ich muss sehen, ich komme in. Clear! Omaschkopf, geh in den Weg! Schuss! Wer? Schuss! 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 Creeper! Ich habe einen Defenskid gefunden! Unter dem langen Hallen. Du siehst uns! Holy shit! Das sind aber Freunde. Nee, sinds nett. Oh, das wird noch mehr. Ja? Es ist ein Sprengleitung! Der Sprengleiter braucht sterben! Sei schnell! Was hast du da? Sie hatten einen Schlüssel. Ein Metalldisk mit Intentationen. Und was? Die Mission war, ein Protokoll hinter den Kremlins. Und dann... ...in Fall von foreign occupations... ...wurde sich in der inneren Hallen verbreitet. Also ich habe ein Maschinengewehr. ... 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 Es ist zu laut Gibt es hier irgendwo noch ein Medi-Pack oder so? Hilfe! Danke Nichts Das Ort wurde ausgeschnitten Ich bin für ein Bier Alle Kutsche haben ausgeschnitten seit dem ersten Panik Das ist es! Oh was liegt hier hinten schönes noch mehr platz kannst du nicht einnehmen zu großen schreibt sich leider nicht der rollt und regnet sich hier gerade über meinen schreibtisch kommt hier oder was jetzt ist alle wieder zurückgerannt ich dachte ich bin hier falsch naja also zwei von drei nicht menschlichen spielern ich habe eine sprengladung außerdem und das ist schön die ich zum beispiel hier bringen könnte hier ist ein sturmgewehr falls das einer haben möchte ich war zu langsam beim weggehen renn da nicht so rein da ist so ein gasvieh ich bin tot ich auch gleich wie es aussieht ich könnte ein bisschen money brauchen wo hin nach oben nur so Das ist Kramer-Zombie! Geh für den Infektor! Infektor ist runter! Wir haben einen Mortar hier! Ich bin aufgeladen! Wo müssen wir jetzt hin? Ach, Mann! Okay, es ist doch hier drin! Lass mich raten, es hat jetzt einer gefunden? Uh, eine Virusprobe! Wenn ich es denn mitnehmen könnte? Halt die Position! Kommt ihr bitte wieder raus aus? Oder wo müssen wir denn die Position halten? Ich schätze mal hier oben bei mir! Na, hier rennen die komischen Typen gerade rein, von daher wahrscheinlich... Okay! Hier sind auch noch Medi-Packs! Wo seid ihr denn? Seid ihr hochgegangen? Ja, ja! Ich habe den Kahn! Okay! Great! Jetzt gehen wir! Warte! Dieses Radio! Wir sollten Menschen über den Nerfgas warnen! Und die Survivoren in der Stadt! Great! Du musst uns über die Survivoren zu erzählen! Geil! Hä? Was hält ihr denn? Ach ja! Hm, was gibt's denn noch Schönes? Iseris! Twist! Hm! Geil! Guck mal! Ich bin! Geil! Jetzt geht's! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Du bist! Ich bin! Ich bin! Hä? Ey, es steht in großen... Ich krieg das nicht mit. Es ist stills und es kloppt auch auf. Ich glaub wir müssen hier mehrere Dinge gleichzeitig tun. Nur so, damit ihr euch alle ein bisschen... ...freut. Ja, wir müssen halt die Dinger durchsuchen, ne? Aber ich glaub wir müssen hier aufsprengen. Na wo ist denn das? Ich schätze mal dahinter. Ich schätze mal hier dahinter. Okay, ich wusste nicht, dass man da hochkommt. Ich habe nichts hier. Ja. Ich habe eine Radio-Key gefunden. Ja. Schwarm kommt. Was war denn das vorhin, wenn kein Schwarm? Ähm, Hilfe! Wo? Okay, Sergei hat mich gerettet. Nein! Das war der andere. Das war ich. Das sag ich doch. Okay. Ein Danke. Der andere, Sergei, hat mich gerettet. Oh. So. Durch den Kampf starten? Mach mal. Achso, dann wir so raus, ne? Ich schätze mal... raus, 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 raus. Da habe ich doch einen Mörser aufgestellt. Oder nicht? Ja, hier drinnen ist aber auch Zeug, also... Und hier drinnen sind... sind die Leute, die man verteidigen sollen. Dachte ich. Na, aber da kommt doch Schwarm. Ja, aber der rennt ja dann da rein. Achso, dann kannst du es nicht! Achso, dann! Die Schreiber! 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 Ähm, wo ist Heiden? Also ich bin jetzt hier rein. Noch gegen den Vorbrechen, als zu viele werden. Okay, ich bin gleich. Ah, verdammt! Da sitzt einer auf mir drauf. Ich bin schlafen. Ich brauche Hilfe! Du bist rot. Ich... ich brauche Hilfe. Sergei hinter dir sind welche. Es ist ein Schreiber! Ich stehe! Ich stehe! Der ist sehr gehelten, aber... Katze! Wo soll ich denn mit meiner Maus noch hin? Ich bin tot. Richtig tot oder noch zu retten? Ja, der noch zu retten. Ich bin tot! Ich bin tot! Kippe mich! Oh, fuck! Okay. Okay. Ähm. Dafür hat es mich jetzt erwischt. Warte. Sterben. Ich bin tot! Okay, ich bin tot! Und ich würde euch jetzt gleich angreifen, glaube ich. Ja, ich greife dich an! Ich habe keine Muni mehr! Was hält ihr? Also ich bin tot! Ich bin gerade oben weiter in die Ecke getrieben! Wo ist denn der andere? Sergei? Ich bin hinter dir! Ich bin hinter dir! So, ich bin auch wieder da! Und ich komme gerade zu euch! Ich bin hinter dir! Pfff! Oh, endlich mal Zeit zum Nachladen hier! Oh, Katze! Du! Ich bin echt verarscht! Schhh! Ich lege meine Maus nach links, wollte er sich wieder nach links! Wir müssen die da drinne schützen! Schhh! Schhh! Ich! Ich! Das erste Mal hier! Wo ist denn hier? Ich muss nicht hin! Och! Was ist denn hier? Ach, du Scheiße! ja kommt ihr raus ich hab gerade und bin da gerade irgendwie blockiert oh hier kommt auch noch mehr hier kommt auch einfach kann ich nicht ich bin umzingelt und das ja ich will nicht ja ne da kann ich dir auch nicht helfen ich komm da ne ne alles gut kannst du bitte schneller sterben wir können uns nicht raus kommen das ist ja der Geld kommt und hält dich geil jetzt aber fix raus brenn einem fahrrad boah wie ist ein Fahrrad so und was hast mir jetzt gebracht jetzt sterb ich hier draußen du musst zu uns kommen du musst schon zum Ziel kommen nach dortn wie bist denn du naja jetzt kommt jetzt vermies zu euch das reicht auch ja wir müssen auch überleben bis du tot bist also tot tot bin ich gleich ich bin auf der Boden ich bin auf der Boden ich denke das sollten die Leute beschützen habt ihr da nicht was erzählt nein es steht auch groß links erreiche den Ausgang ach ich kann doch nicht lesen das weißt du doch dann lauf zu dem Punkt mit dem orangen sterne und dem weißen Stern Meine Güte... Ach, ihr wart doch jetzt, wollen wir die 30 Sekunden überleben. Habt euch nicht so. Jetzt ist er tot, jetzt muss ich gerade hinfahren, weil da... Ich war schon lange tot. Nee, was nicht, du glaubst nur. Meine Rede! Ich wurde gerade ein wenig gedisst. Warum? Mir wurde gerade indirekt gesagt, wenn ich ein Zombie bin, bin ich eine bessere Hilfe fürs Team. Obwohl sie recht hat. Boah, ich muss zumindest nicht auf dich warten! Ihr Wichser! Jetzt bin ich traurig. Frust saufen. Leise. Also der letzten Mission, als ich dich geschreddert hab, ging das relativ schnell weiter. Wenn das mit euch nicht klappt, können wir das nicht wieder machen, ja? Ihr müsst doch nach Hause gehen. Dann in die Nachraum. Und dann raus Подschophsten mést du mit euch. Mit ihr wisst? Da DevOps video... 常er sind bevorsteht ihr?